Liebe Leute, hi. Erstmal hi. So, liebe Leute. Ich verarsche jetzt erstmal meine Mutter. Vorhin haben wir unsere Oma verarscht. Auf dem Kanal Fabian Kruppmann. Ihr müsst einfach nur Oma verarschen. Eingeben in YouTube und dann habt ihr den sofort. Eigentlich müsste ich den eigentlich haben. Dann geht die Oma runter. Steht auch unten Fabian Kruppmann drauf. Und jetzt verarsche ich erstmal meine Mutter. Juppie. Dieses Rote, das muss ich jetzt immer noch, Alter. Ja, mein erstes Handy funktiert auch. Das habe ich gestern bei mir in Kaulings vorliegt. Hier, was ist noch dieses Rote? Ach, das Rote, das funktioniert immer noch. Ja. Es geht nicht. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Das ist eine Scheiße. Dann konnte ich den nicht verarschen. Ich hatte eine richtig geile Idee. Die kann man nicht sagen. Die ist einfach unglaublich, Alter. Die will ich niemandem geben. Und die ist einfach geil. Das habe ich mit Fabian gemacht. Und ja. Aufs Sofa hüpfen. Ja. Hat leider nicht geklappt. Verdammte. Scheiße, Mann. Aber egal. Ich wollte euch sagen, ich schaue jetzt hier ab. Beim Urlaub hier im Morgen früh. Dann werde ich auch noch ein Abschiedsvideo machen mit Fabian. Guck mal. Ich kann immer noch mit euch GTA Online spielen. Dann müsst ihr aber auf den Kanal Trigger MC machen. Einfach GTA. GTA oder so eingeben. Keine Ahnung. Gebt Trigger MC einfach ein. Und dann steht da irgendwo der Kanal. Ohne Profilbild. Ein paar Videos hat er schon gemacht. Und ja. Nur ein paar. So ungefähr 10, 9, 8. 10 und 8. Dann war es so 8, 9, 10. Und ja. Tut mir leid. Kann ich mit Fabian Kuckmann machen. Das mache ich jetzt immer an den Ferien mit ihm. Und ja. Ich wollte nur ein Abschiedsvideo machen hier für Fabian. Guck mal. Und die Familie hier. Das ist sehr geil. Danke, Leute. Dass ihr mich hier ausgehoben habt. Kurz. Weil ich wollte hier Urlaub machen bei meinem Präsent. den ich noch fast noch nie gesehen habe. Ja. Und Abschiedsvideo geht ja mit Fabian. Ich habe ja auch einen Kanal mit ihm zusammen da oben. Das ist ja Fabian Kuckmann. Ich mache auch mit ihm einen Kanal zusammen auf meinen. Wir haben zwei Kanäle zusammen. Einer heißt Bürger MC, der andere Fabian Kuckmann. Und ja. Einfach einen Abschied kurz. Und dann ist alles Beats. Tut mir aber sehr leid. Familie Kuckmann. Dass ich so schnell schon wieder gehen muss. Und ich gehe jetzt zu meiner Familie. Wir sehen uns bald in den Ferien wieder. Und sind immer so weiter. Und dann geht es ja schon eigentlich alles. Ja. Und. Hier. Ein Film. Das ist ein super Hotel. Ja. Guckt keiner. Das sind alle in der Küche. Hier. Warte. Den war mal. Fabian ist oben. Ja. Und. Ja. Und dann. Sag ich nur. Tschüss Familie Kuckmann. Ich mache morgen noch ein Abschiedsvideo. Das wird es reif. Ich mache zwei Abschiedsvideos. Und dann wird es ja auch schon gehen. Für die Familie Kuckmann. Dass ich abhaue hier. Ich komme in den Ferien bald wieder. Und so. Ja. Keine Ahnung. Und. Ja. Akku. Fast leer. Wir sehen uns dann. Wir gehen wann wieder. Ich habe keine Ahnung. Hier bei Familie Kuckmann. Wir sehen was nochmal. Hier steht noch der Tannenbaum. Und so weiter. Und. Ja. Sehen wir uns eigentlich bald wieder. Irgendwann. Was weiß ich. Ähm. Vielleicht morgen. Oder heute Abend nochmal. Weiß ich ja nicht. Und. Ja. Und da. Oben. Oh. Also unter mir. Jetzt gleich. Mit dem Video. Ist noch ein kleiner Rückblick. Von mir und meinem Bruder. Das könnt ihr gerne euch angucken. Rückblick an 2014. Und. Ja. Könnt ihr gerne machen. Weil. Ja. Keine Ahnung. Das finde ich irgendwie geil. Dass man das 2014 noch ein bisschen vermisst. Und so. Das ist doch eigentlich voll logisch. Oder so. Und dann fängt jetzt das 2015 hier an. Und. Ja. Ist eigentlich schon ein schöner. Moment 2015. Um 0 Uhr nachts. Wo der 1. Oktober war. Um den 1. Januar. Um 0 Uhr nachts. Hat mein Dorf Geburtstag. Schon 1000 Jahre Gladebeck. So heißt ja mein Dorf Gladebeck. Und ja. Wir sehen uns irgendwann wieder. Vielleicht heute Abend. Oder. Morgen. Früh. Irgendwann. Auf jeden Fall sage ich nur. Ciao. Und auf Wiedersehen Leute. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.